Die Kryptowährung Bitcoin hat erstmals in ihrer Geschichte den Wert von 100.000 US-Dollar überschritten. Kurz zuvor hatte der designierte US-Präsident Trump bekannt gegeben, dass er den Kryptobefürworter Paul Atkins zum Chef der Börsenaufsicht machen wolle. Schon im Wahlkampf hatte Trump angekündigt, die Regulierung von Kryptowährungen zu lockern. Seit der Wahl des Republikaners vor einem Monat ist der Bitcoin-Wert um rund 47 Prozent gestiegen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017